Herzlich Willkommen die Leute zu dem neuen Video auf meinem YouTube-Sendal GameAccounts, wenn ihr es wieder eingestellt habt. Ja, ihr könnt es schon im Titel lesen. Ich habe meine Seminararbeit endlich fertig geschrieben und abgegeben, wo alle denen jetzt wissen, was gerade Sache ist, ein bisschen Kontext brauchen. Hier die nötigste Information ist, wir suchen derzeit die Abschlussklasse, 13. Klasse einer Fachoberschule in Bayern. Das ist einfach einen anderen Weg, alternativ Seminar, so wie man hier in Bayern an sein Abitur gelangen kann. Und es ist nun mal so, alle, die ein Abitur gemacht haben, wissen es, weil es in allen Bundesländern in Deutschland gleich ist, dass man in irgendeiner Form eine Seminararbeit schreiben muss. Und das, meine lieben Freunde, ist gar nicht mal so einfach. Durch das letzte halbe Jahr und vor allem jetzt die letzten Wochen, saß es sehr, sehr intensiv einfach dran, meine Seminararbeit zu schreiben. Und ich denke mal, wenn euch das interessiert, kann ich, wenn ich nicht zurück habe und ich gar nicht bloß jeder vorbei ist, auch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Was ich mal erzählen kann, ist, das ist meine Seminararbeit. Wir hatten verschiedene Seminare, Oberseminare, von denen wir uns halt eins quasi eintragen mussten. Da mussten wir halt ein Thema finden, was mit dem Hauptthema von dem Seminar was zu tun hat, basically. Und das Seminar, in dem ich mich eingeschrieben habe, war das Thema Arbeit. Und ich habe mich dann jetzt endlich so beschlossen, mir die Arbeitsbedingungen von Grundschulehrern ein bisschen anzuschauen in meiner Seminararbeit. Einfach mal ganz grob gesagt, weil, das wissen vielleicht auch die ein oder anderen so, und ich möchte Grundschulehrer werden und fange uns dann auch im nächsten Jahr anders zu studieren. Wird eine sehr spannende Zeit werden. Nun ja, und auch sehen, falls es mir gerade ein bisschen verschlossen ist, einfach in die Richtung auch so in meine Seminararbeit zu gehen. Ach komm, weil es tatsächlich ein Thema ist, wo ich sage, ja, das interessiert mich, ähm, da tue ich es gern, noch so extra ressentieren und so weiter. Und das habe ich tatsächlich auch ganz gern gemacht, also das hat mir wirklich Spaß gemacht, die Seminararbeit zu schreiben. Aber es hat halt, weil ich es einfach so perfekt haben wollte, was du denkst, das ist leider. Aber es ist okay. Und das kostet halt dann dementsprechend einfach Zeit und, ähm, viel Ressourcen, die ich da reinstecken muss, damit das Ganze irgendwie was wird. Und das hat man so abgegeben, aber ich weiß halt immer noch nicht so, ob das Ganze was wird. Also, es ist Wahnsinn. Aber auf jeden Fall war das so, so ein fetter Stein im Weg zu, ähm, Vollendung von der 13. Klasse, wenn man so will. Und den habe ich jetzt das erste Mal hinter mir. Ich werde zwar noch eine Abschlusspräsentation halten müssen, aber die ist erst im, ähm, Februar, nach den Fassungsfähren. Da ist es, glaube ich, noch gut zeitliche Stellen. Und, ähm, ja, machen mir das langsam im Hinterkopf Gedanken. Bei der Fall ist es einfach mal mitteilen, damit ihr mal auch so wisst, was auch kommt. Mit drei Ends in einer Runde, das gibt's ja nicht. Und auch noch ein Blitz, ey. Also, damit ihr einfach mal wisst, was bei mir so abgeht. Ich bin einfach zweiter geworden. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Nach der sehr desasterreichen ersten Runde geht's jetzt weiter und hoffentlich auch besser das Ganze. Ja. Jetzt trage ich vielleicht der ein oder andere, wie sowas heilig ist. Oder ist es überhaupt so mit der Seminararbeit, weil es mir gut vorstellen kann, dass bestimmt auch der ein oder anderen gibt, die sagen, ja, lol. Was juckt's mich denn? Ein bisschen interessiert das geworden ist. Ahem. Ja, ich sagte es einfach nur aus dem Grund, ein bisschen zu erklären, wieso in letzter Seite nicht so viel lief, so offensiell. Weil, wie gesagt, ich habe die letzte Woche, diese Woche, am Dienstag abgegeben und war dann nachher erst mal einfach tot. Muss mich das mental erst mal, weil das so ein Stress war und auch die Druckung zu lassen und so weiter, musste ich mich da erst mal mental von beruhigen. Und ja. Aber wie gesagt, der Mann ist jetzt hinter mir, deswegen geht's dann auch jetzt so weiter. Dann mit Wiedersucht-Streams dazu aber gleich mehr. Und die eine Anekdote mit dem Drucken, ich kann's vielleicht noch erzählen. Ich wollte, dass alles perfekt ist so und da liegt meistens das Ganze fünf, zehnmal durch und auch vom Ausdrucken so und erinnert dann noch gar nicht gedacht. Und dort noch irgendwann, bis ich das ins Lassen kommt, du drückst jetzt aus, weil ich musste ja noch binden gehen am Tag von der Abgabe und war da tatsächlich ein Rest mit dran und das nächste war nicht mehr so dran. Ich hab mir extra dickeres Papier gekauft, um mit meines in den Arbeit binden zu lassen, so. Also ich hab dickeres Papier an den Drucker und dann angefangen die auszudrucken. Wir müssten die zweimal auf Papier drucken und einmal digitaler Stick abgeben, war einfach die Vorgabe von unseren Lehrern. So und dann hab ich die einfach mal, ähm, einmal jetzt analog ausgedruckt. Und, ähm, das hat super geklappt. Dickes Papier, das sah super aus, also wirklich professionellst. Das ist wirklich viel günstiger, wenn man dickes Papier so kauft und das selbst gedruckt ist, wenn man das im Copyshop machen lässt. Ich hab's da nur binden lassen. So und dann wollte ich jetzt das zweite, was so dick ausdrucken. Hat alle Seiten schön gedruckt und ich merke dann danach, dass der Toner irgendein fettes Mierer reingemacht hat, weil es irgendwie die Düsen verstopft sind. Das ist ein Problem, was ich von meinem Drucker kennen, weil leider jetzt zum ungründigsten Zeitpunkt ever aufgetreten ist. Ich hab davor Testdruck und all ich gemacht, das immer funktioniert. Auch die ganze erste Arbeit wurde super ausgedruckt. Dann bei der zweiten hat der Drecksdruck herumgestreikt wie sonst was und hat, ähm, ja, meine schöne, schöne, ähm, Arbeit mit einem dicken Papier einfach, äh, ja, verschmiert. Das Ungünstige daran war, ich hatte nicht mehr genug dickes Papier da, um den nochmal auszudrucken und mein Schreibwarenladen hat er sonst so vor Ort und ich musste es unbedingt da in Münzen noch reinfahren, um das binden zu gehen. Ja, ach, das war dumm, das ist dann so eine gewochene Long story short, ich musste ein zweites Mal auf dünnes Papier drucken, was mich erst genervt hat. Und zwar aber auch erst nachdem ich die Büsen von meinem Drucker sauber gemacht hab, was auch halt eine halberte Acht ist. Das hat mich auch noch mal eine halbe Stunde gekostet. Dann hab ich das gesafft, hab ich das nochmal auf dem Bahnenpapier ausgedruckt. Dann hatte der Copyshop, wo es das Buch binden wollte, in Münzen zu. So, und dann musste es an die Nähe von der Uni fahren, weil da ein Copyshop ist, der eben nicht zu hatte und der die ganze Zeit offen hat. Und da hab ich das dann kurz vor 8 noch reingeschmissen und snap binden lassen. Also, das war wirklich, wirklich Horror. Anders kann man es nicht sagen. Aber wie gesagt, bei meiner Söhne Ende gut alles gut und so war es auch tatsächlich hier. Also, es war am Ende in der Lage, man sich in der Arbeit, ähm, abzugeben. Und das Schöne war, ähm, was ich allerdings davon nicht wusste. Aber umso besser, wenn es weil wer so nicht mal abgeben musste, ähm, gibt's nur eine von den Lehrern zum Korrigieren und die andere wird halt einfach assoviert. Dann hab ich natürlich die mit dickerem Papier, wie die so sein sollte, wie sie sein sollte, gebunden, eben an der Lehrerin abgegeben. Und die mit dünnerem Papier, die ich ebenfalls gebunden hab, hab ich dann einfach intensiv geben lassen. Und das war halt auch keine Sorgen. Andi muss halt einfach nur abgegeben werden, damit es da ist quasi, weil man, glaube ich, die Korrigierte wieder zurückbekommt. Wenn mich das alles toll ist sogar. Ja, es war ein Riesenakt, ich sag's das ehrlich. Aber es hat es gelohnt. Gerade mit dem dickeren Papier, das sah so professionell aus, weil es nämlich eine Bezeler-Arbeit oder Master-Arbeit oder Doktor-Arbeit, also, ei, ei, ei. Es hat Spaß gemacht, so. Und es ist wichtig einfach, dass die Skills besitzt und weiß jetzt so, wenn ich an der Uni bin, da muss man auch gemäß so ausdrucken und binden, dass das halt ein Riesenaktion machen wird. Das zu mir nicht bei meinem Plan, sagen wir es so. Ja. Soweit zum ganzen Thema Seminar-Arbeit, ne. Jetzt habe ich es erst mal fertig und weg und das ist auch gut so. Und denke auch erst mal nicht mehr dran. Was jetzt eher ein bisschen lustig wird, ist dann, wie gesagt, die Absichtspresenation, aber ich habe noch eine Zeit bis dahin. Ja, und was mag das heißen? Naja, der größte Style ist einfach weg und natürlich muss es ja 13 so einiges lernen, weil ich so gut bin, aber nicht so gut bin, wie ich vielleicht sein wollte und das einfach hart ist, so. Aber ich will trotzdem ein bisschen wieder schauen, weil man braucht auch eine Ausgleichung des ganzen Schulzeugs. Das war es leider in den letzten Monaten wirklich nicht, äh, möglichst, weil ich sonst in meinem Seminar-Arbeit vor- und hinten vorgekommen wäre. Aber jetzt ist es eben fertig und deswegen will ich ein bisschen wieder mit YouTube rein starten, so wirklich ganz, dass es mehrmals eine Woche streamt ist. Das klappt leider. Das ist halt wirklich nicht. Ich habe es hin und her gespielt. Das geht nicht. Aber Mittwoch. Mittwoch ist der Tag der Tage, wie man es vormerken kann. Ähm, Minecraft wird es da wieder geben, vermehrt. Und... Boah, das ist da als Glück. Aber ich werde trotzdem leider kein Erster mehr. Da wird es ein bisschen gut angestellt. Minecraft und, ähm, Mario Kart, äh, nicht Mario Kart, sondern beim Splatoon 3 Wert ist das Stream. Aber dazu mehr jetzt in der nächsten und letzten Runde. So, um das Ganze noch schnell fertig zu bringen, was es angefangen hatte. Ähm, Mittwochs wird es so immer der Tag seiner Woche, wo es mir wirklich vor einem Live zu streamen, von 20 bis 22 Uhr. Wie gesagt, bis jetzt ist Splatoon 3 und Minecraft geplant. Ähm, wir können ja sehen, wie wir das Ganze variieren. Dann will ich auf jeden Fall wieder meine Displays fortführen. Einmal am Tag ein Video. Und das will ich deshalb erstmal abwechselnd machen, bis von Nintendo was Neues rauskommt. Mit Anime Crossing und Tombow, das ist live. Ich glaube, das ist eine ganz gute Missung. Anime Crossing muss noch mal sauber sein. Das hat eigentlich nicht ganz funktioniert gehabt. Mit dem, ähm, ich glaube, da werde ich noch mal von vorne anfangen, weil es irgendwie so einen Bewohner gab. Weil ich das ja nur gebraucht gekauft habe und mir nicht gesagt gelöscht habe davor. Da muss ich mich noch drum kümmern. Aber ich werde auf jeden Fall von vorne starten. Und, ähm, würdet ihr euch netten? Zweiterweise im Kommentar darauf aufmerksam gemacht. Dankeschön dafür. Und, ähm, ja, Tombow Nation Live geht halt wie gehabt. Weiter, wie immer, mit der Info vor euch zum Hinterkopf. Ihr könnt euer Mi sehr gerne misshicken. Da könnt ihr euer Mi, ähm, einfach mit reinbasteln. Dann ist es dabei. So, wenn ihr das schon wollt. Und, ja, es wird aber auch paar, ähm, berühmte Mi's und so weiter reintun. Da haben wir jetzt so einen Plan, was da mehr entwickelt, ne. Da geht's ja immer mehr voran bei den Bewohnern hier. Tombow Nation Live wird zweimal in der Woche geben. Ähm, Montag und Mittwochs. Und alle anderen, ähm, also Dienstag, Donnerstag und so weiter wird's dann, ähm, Animal Crossing geben. Und, ähm, Wochenend muss man's hauen. Vielleicht kommt's dann noch was anderes. Um, wie so, von der Abwechslung her. Das ist meiner Plan, ähm, dazu wird's dann aber ein graueres Upload-Plan geben. Und dann was hauen, was den Tenor dazu rausbringt. Ich hab's grad gar nicht auf den Sirm, was Anfang nächstes Jahr sein oder so. Ähm. Ähm, indem ich mal mit neuen Let's Plays anknüpfe und allem, was dazu vor der Tür steht. Das ist mein Plan. Und vor allem diesen einen Stream im Mittwoch will ich jetzt wieder einhalten. Einfach so Minecraft und Splatoon streamen. Darauf habe ich Bock. Und, ähm, ich werde auch wieder gleich die alte Welt in, ähm, Minecraft direkt jetzt reinmachen. Heißt, wenn das Video seht, könnt ihr auf den Realms dann wieder in die alte Welt rein. Nachdem wir jetzt genug Weihnachtswelt hatten hier mit Ende Januar. Und konnte dann wieder auf der normalen Welt weiterspielen. Und ab Mittwoch, wie gesagt, eben auch wieder im Stream das Ganze. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich beim Zusehen von dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!